Hallo Freunde der Notfallmedizin und herzlich willkommen. Heute dreht es sich um das Thema Work-Life-Balance und den wichtigen Aspekt Ausgleich zu unserer Arbeit im Rettungsdienst. Schnapp dir dein Espresso und dann geht's los. Work-Life-Balance ist der Ausgleich zwischen der Arbeit und unserem Privatleben. Dabei kommt es darauf an, dass wir einen sehr, sehr großen Wert darauf legen, dass das in einer gewissen Balance ist, dass wir uns nicht zu sehr in unsere Arbeit reinwerfen, aber auch nicht unser Privatleben, Larifari, ausführen. Gerade bei so einer Tätigkeit im Rettungsdienst ist Ausgleich unglaublich wichtig. Ja, was mache ich in meiner Freizeit zum Ausgleich, zum Rettungsdienst? Ich treffe mich gerne mit Freunden und verbringe die Zeit gerne in der Natur. Und ich koche unglaublich gerne. Das lenkt mich ab und ich komme da auf viele tolle Ideen. Vielen Leuten, viele bekannte Kollegen, die ich habe, denen hilft Sport. Das heißt, die mögen es einfach ins Fitnessstudio zu gehen, einfach mal ein bisschen Sport zu treiben, joggen zu gehen, in die Natur zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen. Auf jeden Fall Dinge, die einem Spaß machen und die vielleicht mit Medizin und Rettungsdienst eher weniger was zu tun haben, um auch tatsächlich mal auf andere Gedanken zu kommen. Ja, das ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Wie gehe ich mit belastenden Situationen im Rettungsdienst um? Hilfreich ist es, da mit Kollegen drüber zu sprechen, also dass man eher nicht sagt, ich bin stark, ich halte alles aus, sondern dass man hier eher auf die Kollegen zugeht und sagt, pass mal auf, ich habe da noch mal eine Rückfrage oder ich möchte mal über den Einsatz reden. Wie siehst du das? Dass man hier offen und ehrlich miteinander umgeht. Das hilft dir, die Situation zu verarbeiten. Darüber hinaus, vielleicht hilft es dir auch, mit Freunden oder Bekannten zu arbeiten und eine passende Work-Life-Balance hilft uns natürlich auch dabei, belastende Situationen besser verarbeiten zu können. Und im Ausnahmefall sucht dir professionelle Hilfe. Mein Espresso ist alle und du bist bereit für den nächsten Einsatz. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft!